Timo, zweites Profispiel für dich beim VfL aus Nahrbrück. 1 zu 1 gegen Wacker Burghausen, was hat aus deiner Sicht heute gefehlt für einen Dreier? Ich weiß nicht, wir waren nicht zielstrebig genug nach vorne. Wir machen das 1 zu 0 genau, was wir uns vorgenommen hatten, kriegen nach Halbzeit ein bitteres 1 zu 1, Freistoß nach dem Freistoß. Es ist scheiße gelaufen, am Ende denke ich haben wir alles versucht, aber sollte nicht sein. War dieser bittere Ausgleich, der ja unglücklich zustande gekommen ist, vielleicht so ein Genickbruch für euch im Spiel? Auf jeden Fall. Nach 50 Minuten war es glaube ich 1 zu 1 und wir waren natürlich geschockt. Wir wollten zu Null spielen, dann haben wir nicht geschafft. Hätten wir zu Null gespielt, hätten wir heute gewonnen. Das ist blöd gelaufen. Was denkst du, nach vorne habt ihr auch nicht so richtig die Durchschlagskraft entwickeln können? Was glaubst du, woran das liegt? Ich weiß es nicht. Vielleicht fehlt nach den vielen englischen Wochen die Kraft, die Spritzigkeit, die Konzentration. Vielleicht sollten wir auch einfach mal häufiger aufs Tor schießen, aber ich weiß es nicht. Jetzt habt ihr am kommenden Freitag schon die nächste Chance gegen Saarbrücken, also auch relativ kurze Regenerationszeit. Ist das ein Nachteil? Ach, die anderen müssen auch spielen. Die haben heute auch gespielt und wir können jetzt enttäuscht werden die nächsten beiden Tage, aber Dienstag müssen wir uns wieder voll konzentrieren auf Saarbrücken. Natürlich wollen wir da dann drei Punkte holen und gewinnen. Jetzt für dich persönlich. Man sieht, du bist etwas gezeichnet vom Spiel. Ja, das ist unglaublich. Mein zweiter Schuhpark kaputt und jetzt so ein Cut da. Mal schauen. Ich weiß selber noch nicht, was genau ist. Wie lange es dauert, bis es wieder zu ist. Da muss man schauen. Alles klar, für dich persönlich alles gut und für den VfL sowieso. Danke. 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 Danke.